Einen wunderschönen guten Tag, lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kalissa Protocol. Gestern habe ich dreimal das gleiche gemacht. Einmal im ersten Versuch, einmal nachdem ich gestorben bin und einmal habe ich geguckt, weil ich speichern wollte und stattdessen habe ich aber geladen. Ja. Blöd, ha? So, und jetzt hier kommt der Teil, ach Gott, Madi, kann ich doch hier erledigen. Wo sind sie denn, meine Freunde? Wenn ich den Gesundheitsinjektor nehme, dann kommen sie. Komm mal her. Zack. Next. Wo versteckt er sich? Da. Hoppala. Zack. Oh, shit. Oh. Der ist nicht tot. Jetzt aber. Okay. Oh Gott, was bist du denn für ein hässliches Ding da? Komm mal her. Oh, shit. Ähm, okay. Sag mal, komm mal her jetzt. Woher jetzt? Ich bin jetzt dran. Ah. Revalver Munition. Ich brauche nicht Revalver Munition. Ich brauche Schrobflint Munition, weil mir die schon wieder ausgegangen ist. Ja, ja, ja. Gesundheitsgeld. Das geht auch in Ordnung. Guck mal, wie ich sie aufgehängt habe hier. Wie sie chillen. Ja. Aber warum? Achso. Ich muss das so ändern. Dann, okay. I'll take it. Haben wir hier hinten noch was? Nein. Okay. Ja, ja, ja. Sollen sie nur kommen. Schieß drauf da, komm. Okay. Gut. Ein paar Kalisto-Credits. Dann hier ist ein... Ah, Inventar ist voll. Okay. Was ja eigentlich gut ist. Ist ja eigentlich was Gutes. Dann gehen wir durch hinter diesen Speicherpunkt. Das finde ich schön. Das ist wirklich sehr, sehr sympathisch. Oh, motherfucker. Okay. Wo ist das Ding? Ich sehe nichts. Wo ist er? Ey. Wo ist das Ding? Hallo? Soll ich einfach durchrennen? Holy shit, motherfucker. Hau weg, das Ding. Ich habe gesagt, hau weg. So ist gut. Oh. Alter. Revolver-Munition. Ja, schön und gut, aber... Ich könnte ja eigentlich auch was anderes brauchen, ne? Kann ich das mitnehmen hier? Ne. Okay. Hier. Inventar voll. Gesundheit-Skill. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sonst so. Das ist ja prädestiniert. Vier hessische Kämpfe. Jetzt ist auch die Tür hinter mir zu. Ach, Herrgott im Himmel. Was erwartet mich hier? Ne, die Waffe lässt du draußen, mein Freund. Haben wir uns verstanden. Mach die Scheiße kaputt hier. Komm. Alles zerstören. Credits. Gesundheit-Skill. Leben ist schon voll. Das ist okay. Ähm. Ah. Alright. Ja, und jetzt kommen sie, die Dinger. Ach, du Scheiße. Ähm. Ja. Mach ich denn jetzt hier am besten? Ah, ist mir die Tür kaputt. Ähm. Was randaliert denn da hinten noch so rum? Ist es da? Ich glaube schon. Ach, shit. Ähm. Ja. Dann machen wir wieder auf die Tür. Was wird mich jetzt erwarten? Waffe raus? Ich hätte doch was an die Tür geklopft, oder nicht? Nein. Schrobflinten-Munition. Die würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Warum? Was ist denn mein Inventar, was ich nicht brauche? Naja. Ja. Dann pack mal sechs Revolver-Munition raus. Und nimm die Flinten-Munition mit. Drei Stück. Ist doch super. Brauchen wir jetzt aber gerade noch nicht. Aber ist immer gut, wenn man... ...nachgeladen hat. So. Ja, okay. Den haben wir ja schon getötet. Jetzt ist auch der Rauch weg. Jetzt. Kann ich da hoch? Kann ich. Ist das hässlich hier, ey. Ist das hässlich hier. Naja. Was kommt jetzt wohl, ey? Musik. Was kann ich hier einsammeln? Ah. Oh, sein Code wahrscheinlich, ey. Sergeant Bill Pekelo. Ja, weit ist er ja nicht gekommen, der Kollege, ey. Oh je. Ja, ich höre Elias immer noch nicht. Ja. Der Sturm wird immer schlimmer. Ja, das ist äh... Schön. Erreiche die Technik-Luke. Und wo ist das Ding? Ach nö. Wirklich. Will ich nicht. Nee. Wirklich, wirklich, wirklich nicht. The fuck ist jetzt wieder los? Von wo ist der schon wieder gekommen? Hau drauf auf das Ding da. Ach du Scheiße. Ist das der Einzige? Oder hat's noch... Hier, Papi Zero. Oh. Zack. Kaputt. Wer mit den Credits? Mal schön nachladen. Oh. Und draufhauen. Na komm. Soll er ruhig nochmal kommen. Ich töte sie alle. Jeden einzelnen von ihnen. Come on. Oh. Jetzt ist nur noch das Bein übrig. Bisschen schade, aber was soll's. Krieg ich halt keinen Loot. Perfekt. Junge, Junge, Junge. Ihr seid richtig nervig. Aber. Wenn du die im Nahkampf triffst. Dann ist ordentlich. Sonst so. Motherfucker, was ist jetzt passiert? Der da. Ja, ich muss mich heilen. Geht nicht anders. Gagge. Verkack's nicht, okay? Da ist er. Hab ihn gesehen. Ist in dem Baum da. Soll er nur kommen? Ich bin immer noch nicht. Sind das noch zwei? Oder was ist los? Hinter mir ist er. Ja. Okay. Komm, hau drauf. Komm, hau drauf. So. Oh, guck mal. Eine Gold-Trophäe. Kill an enemy by GRP and melee combo. Ah. Sehr geil. Das ist doch mal eine schöne, schöne Trophäe. Eine Goldene. Come on. Come on. Schön draufhauen. So, ich bin gerade noch Frankreich, Marokko und Frankreich hat gerade das 2-0 gemacht. Die stehen dann wohl im Finale. Alrighty. So, wir können weiter. Ne, können wir nicht. Weil es ist der falsche Weg. Hier geht's durch. Jetzt ist hier auch die Tür offen. Sehr schön. Was kommt jetzt wohl? Das sieht gar nicht vielversprechend aus. Bin ich ehrlich mit euch? Da bin ich ehrlich mit euch. Das sieht gar nicht geil aus. Naja. Egal. Das ist nix. Gut. Dann geht's hier runter. Was erwartet mich hier? I don't know. Ach, scheiße. Die Musik wird direkt wieder dramatischer. Fühl ich gar nicht. Fühl ich gar nicht, du. Ja. Machen wir morgen weiter. Ich hab Angst. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Mach's gut, meine Lieben. Tschüss.